Also, dass diese Spinnen betäuben können, ist dreckig. Wer hat jetzt eigentlich das Gegengift? Trage ich das noch bei mir? Was mit Busch? Ach, da ist das Heilmittel gegen die Schleimkrankheit. Das, was ich für eine Stärke dran gehalten habe. Ich sehe hier keine Leichen, ja. Ich habe ihn getroffen. Dank mir, Gespräch beendet. So, ich soll jetzt den Grünstein hier wegpusten. Au. Verlangsamt bin ich, okay. Dann töten wir jetzt wieder den Ankeg. Dann werden wir uns hier nochmal einkuscheln und nochmal rasten. Okay. Yes, I will. Vita, mortis, ariori, ariori. Vita, mortis, ariori. No problemo. Worum geht es diesmal? Weh? So, die sind gesegnet. Und jetzt. Und das war wieder die Kronia. Oh, das war vor dem Rasten. Das ist nicht gut. Nochmal. Äh, Spinnen. Okay, jetzt haben wir's. Wir machen doch meine Verteidigungskoordination an. Okay, wir haben gerade die Triade schon getötet. Ah, seid still, seid still, seid still. Entschuldigt. Ich bin sicher, ihr Doi fühlt sich genauso gefangen mit all diesen Gedanken von euch. Wollt es etwas Positives dazu beitragen, will ich darauf hinweise, dass ihr diejenige seid, die sich die Lunge aus dem Leib brüllt? Entschuldigt. Nein, tut mir leid, es ist... Ihr seid es nicht, es ist ein Doi. Je näher wir der Fuggebene kommen, desto lauter wird er. Wir müssen ihn befreien, aber wir kommen... Aber wir haben immer noch keine Ahnung, wo dieser Berg von Nefente ist. Wie... Kommen wir der Fuggebene näher? Ich dachte, sie wäre auf einem Berg. Ich dachte, ihr hättet ihn zum Schweigen gebracht. Nehmen wir mal die zwei. Das hat er gesagt, ich glaube, das hat er gesagt. Haltet die Augen offen. Wie kann ich helfen? Ah. Ihr braucht nur zu fragen. Ich bin Halatathler und ich bewahre den Eingang nach Kanaglim. Es wird kein Weg an mir vorbei, das heißt, es gibt keinen Weg. Wer befahl euch, mir den Weg zu versperren? Ich werde seinen Namen nicht verraten. Verschwindet, Mensch. Niemand soll hier passieren. Alle, die es versuchen, sollen sterben. Mehr kann ich nur euch nicht sagen. Irgendein Geheimnis von der Meisterheit durch vom Sprechen ab. Ihr tut es hier nicht aus eigenem Willen, oder? Meine Essenz ist an diese Aufgabe gebunden. Hinter mir werdet ihr nichts als den Turm finden. Verschwindet. Ihr redet zwar, aber eure Stimme fehlt jetzt an Überzeugung. Sagt mir, wessen Tod erwartet mich hinter euch? Durch wessen Hand? Eure Essenz ist gebunden, sagt ihr. Durch wen? Wenn sie befreit würde, würdet ihr mir dann helfen? Für mal die zwei. Ich kann keine Abmachung treffen, nicht solange ich jemand anderem verpflichtet bin. Ich kann hören, dass ein Frieden in euren Worten mitschwingt, Drache. Ich werde ihn finden, der euch an seinen Willen gebunden hat und euch befreit. Also gut, ich werde jetzt an euch vorbeigehen, was ihr tun müsst. Aber seid euch darüber im Klaren, dass ich auch tun werde, was ich tun muss. Dann muss ich an euch vorbei. Ne, fangen wir einfach mal. Nehmen wir einfach mal an die Eins. Macht, was ihr wollt, Mensch. Und stellt euch den Konsequenzen. Ja. Okay. Jetzt warten wir aber erstmal, dass wir wieder speichern können. Kommt es mir so vor, dass es hier ein bisschen feucht ist. Spann mein Geduld... Spann mein Geduldsfaden an, Mensch. Verschwindet. Okay. Ah, noch mehr Mikoniden. Können wir das Ding, den Kaisha bitte mal wegmachen, der nervt. Wie kann ich helfen? So, alle sind entweder verwirrt oder geisteskrank. Ja, verwirrt oder schwachsinnig, ja. Also geisteskrank. Trifft es ganz gut. Das krieg ich leider, glaub ich, auch immer noch nicht, Franz. Du bist gute Leute. Ich liebe das, besonders in den Kinder-Mörder-Gogenen. Okay, wir sind eigentlich fast durch mit dieser Höhle hier. Da hat sich Kayla wirklich die beste, besten Unterstock für ihre Vorräte ausgesucht mit dem ganzen Schimmeln. Sie hat euch bereits geschlagen, ohne dass ihr es wisst. Ihr seid hier unter dem Dreck begraben, während sie sich weit oben auf den Sieg vorbereitet. Ist das euer großer Plan? Ich hatte mehr und mehr von jemandem eures Blutes erhofft. Eine Person allein kann Kayla nicht besiegen, egal wie stark sie auch ist. Mir gefällt die Rolle. Die Spieler, am Ende werden wir triumphieren. Tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Sagt mir, was genau sollte ich eure Meinung nach hier tun? Mein großer Plan geht euch nichts an, verschwindet. Euch zu fragen, was ihr hier eigentlich zu suchen habt, wäre ihre verschwendete Zeit, nicht wahr? Nehmen wir mal die zwei. Mehr, mehr als das. Deine Armee hat mittlerweile ein klares Ziel, ist mutig und ganz ihrer Sache verpflichtet. Welchen Grund habt ihr hier zu sein, Kind von Baal? Was hat euch hergetrieben? Gerechtigkeit, ich will das Kayla für ihre Verbrechen bezahlt. Neugierig, wir sehen, wohin das führt. Natürlich begehr ich mehr und größere Macht. Was sollte es auch sonst noch geben? Diese Frage hätte ich einst auf vielerlei Weise beantworten können, aber das ist schon lange her. Ihr habt recht. Für jene, die genug Weisheit besitzen, um die Wahrheit zu erkennen, gibt es nichts als Macht. Es mangelt euch nicht an Intelligenz. Eure Weg windet und spaltet sich wie die Zunge einer Schlange. Mit jedem Wort, das ihr aussprecht, mit jedem Pfeil, den ihr niederstreckt, wird mir das Bild eurer Seele klarer. Wenn ich sehe, lasst ihr nicht zu, dass sich euch irgendetwas in den Weg stellt. Um eure Ziel zu erreichen, würdet ihr jedes Werkzeug nutzen, das euch zur Verfügung steht. Gift und Sabotage sind für euch Waffen, wir alle anderen auch. Das respektiere ich. Ich suche nach jemanden mit dem Potenzial, das ich brauche, um voranzukommen. Ich habe zwei Kandidaten gefunden. Scheche ich mich für das Kind des Lichts oder das Kind des Todes? Wer von euch ist würdig? Keiner von uns beiden ist eine Spielfigur, die ihr für eure Spielchen nutzen könnt. Ich mache da nicht mit. Ich tanze nach meiner eigenen Pfeife, mein Freund. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch an Kayla wendet. Was wisst ihr, was ich nicht weiß? Es sind viele Kräfte am Werk, mehr als ihr denkt. Und es steht viel auf dem Spiel. Dragonspear Castle offers mehr zu euch, als eine Möglichkeit für Rechnung und Sabotage. Dort könnt ihr die Schlange ausspionieren, die sich in Kayla's Bosem knackt. Uscht die Gäste, die ihr habt, und ihr könnt mehr über die Gefahr, die ihr wirklich befindet. Burg Drachenspiel bietet euch mehr als nur eine Gelegenheit zur Aufklärung und Sabotage. Dort könnt ihr die Schlange ausspionieren, die sich in Kayla's Busen schmiegt. Nutzt eure Gaben, dann werdet ihr vielleicht mehr über die Bedrohung erfahren, der ihr wirklich ausgesetzt seid. Und weg ist er. So, hier können wir jetzt nirgendwo mehr hin, außer zurück und nach Norden. Und durch dieses Tor hier, wo der Drache haust, machen wir erstmal einen Quicksave. Und rasten nochmal. Das war nicht so geplant. Was? Was? aus massiver stein gehauen der zwergenkrieger steht ewige waffen und schützt die schweren türen unter sich